der muss sie sein ich habe die leiche noch gesehen 100 pro ist er hier irgendwo Kirschi ja das war Kirschi wo ist er wo ist er da rechts ist auch einer da will sich noch jemand anschleichen guck mal also Schüsse locken schon spieler an NBA hier der hatte einen 3er helm jetzt ist halt noch dieser andere bursche da auf der insel ich kann ihn leider nicht looten das wird nichts werden du die zone kommt nämlich auch schon und dann ist noch der andere typ auch noch oben auf der insel ich muss auf jeden fall aber rüber oh der hat auf jeden fall einen guten headshot bekommen der war echt ordentlich ich gucke noch ob der ein paar boots dabei hat hier kommt sogar noch eine drop runter wow streamer load nein doch nicht oder kann ich da überhaupt hin der landet unten oder ja das unten der rutscht gerade richtig schön runter guck dir das an ist das doof ist der tot? ne der lebt noch ist der tot? ne der lebt noch der 6er scope gefällt mir echt gut muss ich sagen eins meiner favoriten hier ja die qbz die hast du fast jede runde ich wette mal die spawnrate ist ein bisschen hochgestellt die wird nicht so oft zu finden sein dann ich glaube das war der typ von vorhin die zone wird bei mir enden das heißt ich muss eigentlich in ein haus campen jetzt das ist kein gutes haus hier ich gehe mal sehr stark davon aus dass die zone bei mir sein wird naja das ist ja mal richtig eklig hier eigentlich glaube ich nehme lieber die steine hier vorne ein ja meine weste hat ein ein punkt hat meine weste gehabt da hinten shit oh das ist marco oder? das ist ja marcos jacke oder nicht oder nicht ne marco würde glaube ich nicht so in häusern oder bei der halle hinten sein smoke der hier noch genau richtig zu eigentlich das war ein hit noise noise ja was die zone hier haben das war 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 die das war die das war das war die Gar nicht mehr, wohin hier. Oh, was für Shots am Ende noch. Eine Bestie. Gute Runde, Mann. Definitiv. Nice, nice. Musik